Thomas, Andy, hast du auch schon wieder Hunger? Sicher. Sicher. Ja, du könntest immer essen, gell? Das ist jetzt Rohfarben. Wahrscheinlich ist das Nächste, gell? Die Wochenpasta hätten noch den neuen, Alex. Ich wünsche mir, dass behinderte und hilfebedürftige Menschen ihren Platz in der Gesellschaft finden, prozentual genau so, wie es effektiv ist. Jetzt gehen wir auf die Autobahn. Ich hoffe, ich sehe dich mit denen aus. Ich sage, ich lasse dich weg. Du hast den Melk, da. Ist das auch gleich der Chef der Vorratkammer? Du hast den Melk, da. Ja, natürlich auch. Ich bin verantwortlich. Sicher? Na, ist ja gut. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Du bist zu sein.